Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TV GDV und zurück zu einem neuen, ja, heute mal kein Teil eines Videos, sondern heute haben wir mal ein etwas anderes Video und zwar seht ihr es schon, Squad Battles, das ist dieser Offline for Champions Modus, ja, habe ich abgeschlossen, ähm, genau, ich bin, ähm, Elite 3 gekommen, ich war kurzzeitig Elite 2, hatte es fast geschafft, aber hab dann leider die letzten 8 Spiele halt, ähm, dann krieg ich pro Spiel, äh, pro Tag 4 Spiele ungefähr, in den letzten 8 Spiele hab ich dann irgendwie leider nur 4 von gewonnen, werd ich unglücklich, weil ich keine Zeit und so, ich muss halt schnell weg, irgendwas anders machen, auf jeden Fall ist es egal, wenn man sich die Packs dann zu, hab ich noch, äh, 2 15k Packs im Shop, die ich bekomme, weil ich die Icon Edition hab, dazu krieg ich noch, äh, 20k, so, ihr seht es, so, ähm, genau, wir können, ich starte auch gleich wieder rein, natürlich, so, und jetzt haben wir hier unsere Packs, Leute, da sind sie, hier alle unsere Packs, die werden wir jetzt einfach mal öffnen, ähm, ja, das Jumbo Premium Gold Set haben wir hier einmal, davon haben wir drei Stück insgesamt, drei Jumbo Premium Gold Sets, ein seltenes Gold Set, ähm, ja, alle selten, ein normales, ich glaube, 7-5-5-K-Pack und dann haben wir noch das Team der Woche leistet, wir fangen einfach an mit dem Team der Woche leistet, ganz einfach, Leute, mal schauen, ob wir da irgendwas interessantes ziehen, ja, immer ein 83 Plus, das ist doch schon mal schön, oder? Och, du Scheiße, das ist kein 83 Plus, man, das ist bei Infops immer diese Scheiß-Tabel, den kann ich auch gleich abstoßen, Alter, den brauche ich auch nicht für diese drei Spiele eigentlich, na gut, okay, machen wir weiter mit dem Premium Gold Spieler Set, let's go, hoffe ich möchte irgendwas ziehen, das wäre richtig korrekt und nicht irgendwas ziehen, Oh ja, 83 Plus, Leute, jawoll, bitte, Deutschland, Innenverteidiger, oh Gott, Mustafi, Alter, Leute, oh mein Gott, nein, ich dachte, Boateng oder Hummels, es hätte auch noch Süle werden können, nein, oh Gott, nein, na gut, Leute, was haben wir noch drin, aber das ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so schlecht, das kostet der, ah, ja, nichts, nicht wirklich viel, 6K, immerhin, 6K nehme ich mit, 5K, wow, okay, der kostet nicht viel, na gut, hm, ich packe mal Transferliste, ja, ganz ehrlich, den Rest, die sind alle nichts wert, hier denke ich mal, den Engländer nehme ich nochmal mit in den Verein, vielleicht will den ja irgendjemand haben, aber der ist doch bestimmt auch nichts wert, ja, den Rest, den Rest packen wir einfach mal in den Verein, Leute, ganz einfach, ich kann ihn jetzt auch abschließen, aber egal, hm, ja, machen wir weiter mit dem seltenen Gold Set, einfach mal hier, let's go, komm schon, irgendwas Gutes, bitte, 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 auch nicht mal 83 plus, ach du scheiße, hat sie in Cent, ja, alter, alter, was will ich denn mit dem, man, oh, Abraham, aber, Abraham, der könnte vielleicht noch ein bisschen was kosten, Eieieiei, 1K hat 80 Pels, jetzt entweder, deswegen hatte ich mich noch, oh, aber das ist stark hier, das ist stark, nehmen wir einfach mal alles mit, in den Verein, kommen wir jetzt zu unseren 3, 15 Carpix, noch Leute, let's go, schaut, bitte, ich möchte, wir sind in einem nochmal 30 plus ziehen, keiner, das überspringen wir direkt, Ah, okay, ist aber nicht so verkehrt, mhm, der kostet vielleicht noch ein bisschen was, ja, okay, doch nicht, ne, nehmen wir einfach auch alles mit dem Verein, schauen wir mal in die nächsten, ein nächstes Pack, komm schon, komm schon, auch nichts, Mann, komm schon, ja, wir hatten zwar muss, der kostet halt nicht wirklich viel, ne, der kostet schon auch nicht wirklich viel, okay, einfach alles in den Verein, und dann kommen wir zum letzten Pack, ah, oh, 1000 Münze, das ist ganz geil, eigentlich, die nehme ich mit, und kommen wir zum Zweck, bitte, 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 nein, auch nichts, egal, was ist jetzt durchlaufen, was haben wir hier noch drinne, ach du scheiße, ah, Wanyama, ey, das ist gar nicht so schlecht, Leute, Wanyama ist gar nicht so scheiße, der ist echt nicht so scheiße, der kostet bestimmt noch ein bisschen was, Wanyama ist gut, vielleicht wenigstens noch ein paar K, ja, 4, jawohl, 4K nochmal auf unseren anderen, Leute, perfekt, nice, okay, packen wir mal auf die Transferliste, packen wir mal nochmal in den Verein, genauso wie die Chilio, nehmen wir alles mit hier, und den Rest verkaufen wir jetzt, Leute, die brauchen wir nicht, nochmal, so, das war's jetzt schon mit dem Video, Leute, ich würde sagen, das war eigentlich ganz okay, ich hätte mir gehofft, dass wir ein bisschen was Besseres ziehen, aber Leute, wir sehen uns nächste Woche natürlich bei den Rewards wieder, ich werde natürlich wieder zocken, und dann gibt's für euch auch nächste Woche wieder die Rewards, ganz einfach, oh, es gibt immer mal 15 K-Packs, ja, aber da habe ich ja eben auch nichts drin gezogen, das ist natürlich schade, aber egal, Leute, ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, es wird dann wahrscheinlich wieder ein Karriere-Video sein, ich verabschiede mich, bis dann, Leute!